Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Detroit City, ein irrer Job Wer sie zum Freund hat, braucht keine Feinde mehr Hey, wie haben wir es denn? Pat Morita, der Meister aus Karate Kid und Jay Lino, das neue unschlagbare Komikerpaar Hey Dingman, erinnern Sie sich an den toten Japaner von der Schrotthalde? Ja, ist der das? Nein, das ist der Nichtsiebpenner Fangen wir an, wie ist der Name? Heißt du Toyo? Honda, Soni, Sanjo, Sushi, wie heißt du? Resen, meine Rippen Fujisuka Natsuo Detektiv 1. Klasse, Tokio Polizei Sie arbeiten mit gegensätzlichen Methoden, verfolgen aber das gleiche Ziel Sie streiten sich, schlagen sich und beißen sich durch Au, 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 au Du musst den Kaffee doch nicht so heiß machen, das brennt wie die Hölle Sehr gut für deine Klanke, Kopf Nicht schimpfen, muss vorsichtig trinken Ich weiß deine Probleme, du brauchst flau Ne Frau? Ne, tue, tue Also, ich schätze, ich werde es erst mal ne Weile mit dir versuchen Komm jetzt! Anschein! Eben noch! Wenn nicht, da unten läuft mein verdächtiger Kleidersack Das ist der! Stoppt ihn! Stehen bleiben ohne die Kieße, nicht schießen! Wir haben ne schöne Überraschung für ihn Er hat schöne Überraschung für uns Machen Sie sich auf was gefasst In Detroit City Ein irrer Job See you next time! Dann elites бäh 1 2 2 8 9 9 10 12 18 21 18